Gut, irgendwas tun, irgendwas machen? Wahrscheinlich nicht, jeder Tag wie jetzt. Nö, ich scheiß noch so ein paar Rekruten zusammen, die da irgendeinen Unsinn machen und dann gehe ich auch schlafen. Ja, ganz neue, frische oder Rekruten von den Pfeilen? Äh, nee, Rekruten der Akademie. Ja, okay. Ja, so ganz besonders vorwitzige... Die sollen hier nicht denken, nur weil hier irgendwelche Vorträge sind, dass die hier einen auf große Handes machen können. Ja, so ein besonders vorwitziger Novizen-Eleven, wahrscheinlich so zwölf Jahre, noch nicht mal in der Pubertät angekommen, äffen da wohl gerade irgendein Magister nach und so wie er einen Buckel gerade macht, soll wohl aussehen wie ein Zwerg. Er hat sich da auch gerade so einen Besenstiel abgeschnitten, unters Kinn geklemmt und versucht da wohl irgendwie so einen Bart nachzueffen und unvergleichlich äfft er da gerade Saldorf-Voslarien nach, während du da gerade um die Ecke guckst und dann siehst, wie er da mit seinen zwei, drei anderen Elevenen in der Ecke steht und... Oh Gott. Ja, mit ein paar schnellen Schritten bin ich auch schon hinter dem und pack den mal am Ohr. Wie war das, Rekrut? Au, au, au! Nicht wehtun! Was? Ich hab gar nichts gesagt! Ich hab's genau gesehen. Los, ab in den Hof, 20 Liegestütze. Jawohl, jawohl! Ein Pfeil ist nichts, ein Pfeil ist nichts! Wird's bald, Rekrut! Ja, äh, humpelt dann weiter, äh, die anderen Freunde bleiben dann da mit offenem Mund stehen. Du hörst ihn wohl murmeln, während er dann auf den Hof läuft, äh, anfängt da mit seinen ersten Liegestütz. Ich wasch mir nie wieder mein Ohr. Äh, ich guck mal die anderen an, die hier rumstehen. Und ihr habt ihn nicht aufgehalten? Äh, also, wir, wir, wir haben, wir fanden das gar nicht lustig, wir wollten das eigentlich gleich melden. So seht ihr mir aus. Raus auf den Hof, 10 Liegestützen von jedem von euch. Was? Aber es gibt keine Bestrafung für alle. 15. 15? Wir machen 10. Wird's bald? Ja. 10 oder 15 jetzt? Jetzt sind es 20. Los! Jawohl! Deine Generation, damals in Beilung ausgebildet, da wussten die Leute noch, was sie, wofür sie kämpfen und da alles verweichlichte Waschlappen. Wir haben noch gespürt, aber die Jugend von heute, die sich hier in der Kaiserstadt das gut gehen lässt. Hm, vor allem, wenn man sich dann irgendwelche Pakete von irgendwelchen Laufburschen bringen lässt, mal mir nichts, dir nichts an den, äh, an den Tempeltoren vorbei mit irgendwelchen Süßigkeiten. Süßigkeiten? Das hätt's damals nicht gegeben. Honigbonbons. Gut, Jalan, Greifenmund, Drachentöter, ohne Land, trifft beim Bandstrahler-Turm ein. Und kannst du da dann Meldung machen, oder wo möchtest du hin? Ja, bei meinem Hauptmann. Beim Herrn Hauptmann. Oder bei seinem Hauptmann, wenn der aus einem anderen Banner war, ist mir egal. Also vermutlich eher bei seinem. Gar nicht mal so sehr, weil die den Magier ein bisschen grob angepackt haben, sondern einfach, weil es uns, die wir ja maßhalten sollen, schlecht dastehen lässt. So, Feenrich, vortreten. Was gibt's denn? Abmann. Salutierst mal. Ja, du warst Zeuge wie vier unserer Brüder, ein Rechtschaffen, ein Magier der Rechtschaffen unterwegs, als sie mich hart angepackt haben. Ja, der Vorfall, den hat mir Griff Purga von Auralith eben gerade schon gemeldet. Sie sagte wohl, er wäre angetrunken gewesen und hat götterlästerliche Symbole auf die Häuserwände geschmiert. Der Mann war ein weithin bekannter Entschwörer, der sich leider Rechtschaffen verhalten hat. Und dass unsere Männer mal wieder über die Stränge geschlagen sind, fällt immer noch schlecht auf uns zurück. Gerade dieser Tage. Ja, ich hab schon gehört, der ein oder andere Rüffel, der mal reinkam, gerade wenn jetzt nach und nach immer mehr von den Leuten reinkommen. Ich werd sie nochmal zurechtweisen. Gerade jetzt müssen wir wachsam sein, aber wir können das Reich nicht vor den Ausländern blamieren. Ja, da habt ihr schon recht. Aber an Raios-Gesetze werden sie sich trotzdem alle halten müssen. Da kommt keiner. Aber natürlich, dafür sind wir da. Hauptmann. Ausgezeichnet für ihn, recht. Danke. Ich geh dann noch zur Abendmesse und hau mich dann hin. Gut. Ich hab Abel mir noch vergessen, aber der ist damit beschäftigt, die Jungs einzuhüten. Genau. Und die Gabeln der Prutz zu zählen. Genau. Und die Speisekammer zu verschließen. Gut. Dann könnt ihr alle regenerieren. Ganz normal. Es gibt hier keine Albträume. Zumindest noch nicht. Ihr seid sowieso eigentlich alle voll. Natürlich. Und wir schreiben den nächsten Tag. Das ist der 26. Fax 1027. Ich hatte ja bereits angekündigt, dass der erste Turniertag, für diejenigen, die noch teilnehmen möchten, der 29. Fax ist das der erste Turniertag, da soll das Ganze eröffnet werden und es wird eingeleitet mit der Theoste und dem Zweikampf mit leichten Waffen, der wird dann am nächsten Tage stattfinden. Das heißt, am ersten Tage wird die komplette Theoste abgelanzt. Wer sich noch anmelden möchte, für egal was, der muss das bitte bis zum 29. Fax tun. Aber ihr habt ja auch noch andere Punkte auf eurer Liste, unter anderem der Vogeltod und das, was euch noch sonst so einfällt. Wenn ihr nichts habt, können wir gerne auch springen. Also ich finde mich ja morgen dann erstmal bei den Leuten ein und schleife die dann alle zusammen zum Anmelden. Genau. Ähm, ich würde, bevor ich die Akademie verlasse, noch zur Hauptfrau da Sambra vorbeigehen und von dem Vogeltod berichten. Und dass ich mir das ansehen werde. Vogeltod. Davon wurde mir bisher zumindest noch nichts berichtet. Habt ihr da genaueres jetzt schon? Oder wird das dann später im Bericht stehen? Ich denke doch, dass es im Bericht stehen wird. Also eine vertrauenswürdige Quelle hat berichtet, dass es wieder tote Vögel gibt. Das sehe ich mir mal im Laufe des Tages an. Ja, danke. Dann werde ich schon mal einen Novizen in Richtung des Aves-Tempels schicken. Der ist ja auch gleich hier um die Ecke. Gut, danke. Abtreten. Jawoll. Ja, und dann mache ich mich auf den Weg zu Abelmiers Haus. Ja, ich gehe einfach davon aus, dass ihr euch jeden Tag morgens einmal bei Abelmiers farbredet. Ich glaube, das ist sinnvoll. Einmal irgendwelche Neuigkeiten austauschen und dann gemeinsam durch die Stadt ziehen. Wenn ihr das halt nicht wollt, dann halt nicht. Dann sagt das nochmal gesondert. Gut, Eka, trefft alle bei Abelmiers ein. Ja, ihr trefft bei Abelmiers ein. Seht schon, wie ich da neben Yadhan stehe. Ihm Arm um die Schulter gelegt habe. Hab getan. Ich muss mich für euch entschuldigen. Ja, aber warum diesmal? Ihr hattet recht. Diese Stadt ist wirklich nicht schlecht. Ich habe da diese wunderschöne junge Halbelfe gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr mir besser gefällt oder Angst macht. Aber ja, man gewöhnt sich erschreckend schnell an Garret. Ja, die Stadt hat ihre Vorzüge. Es war aber nicht die Halbelfe, die gestern noch auf der dritten Seite in Boten war, oder? Nun, wer weiß. Ihr solltet aufhören, solche Schundblätter zu lesen. Und dann, ich würde sagen, wir machen uns erst einmal an der Arena vorbei. Damit ihr euch alle anmelden könnt. Und dann einen kleinen Ausritt. Ja, eine gute Idee. Wofür wollt ihr euch anmelden? Für alles natürlich. Schon wieder? Für alles? Und nicht fürs Messer werfen. Messer werfen? Es gibt ja hier keine Dreijährigen. Äh, Gräume meint ihr. Gräume, wichtig. Wohl wahr. Um Himmels Willen. Weißt du noch, was das letzte Mal passiert ist, als du einfach mit Dreijährigen losgeploppert hast? Die Leute haben nicht gesehen, was wir gesehen haben, verdammt. Dreijährige? Also, Kapitan. Gräume. Was habt ihr gemacht? Lasst uns einfach gehen. Was in den schwarzen Landen war, das bleibt in den schwarzen Landen. Da lässt man euch einmal aus den Augen. Für alles, was in den schwarzen Landen war, habe ich Bußen getan. Ich hoffe, ihr könnt das selber von euch sagen. Auf der neuen Residenz, dem weitläufigen Palast der Kaiser, wehen die Greifenbanner im Wind. Euer Ziel jedoch ist Altgard. Wo sich die Gebäude, wo sich die Gebäude stets am größten, nach der Pracht der Erhabenheit sehnen, sich gegenseitig übertrumpfen. Der Pentagon-Tempel der Hesinde, auf eurer rechten Seite, am Osten von Abelmirs Haus, den kennt ihr ja bereits. Die Noralexer-Krale von Pryos, das Imman-Stadion und natürlich die alte Residenz, wo das Frühlingsturnier stattfindet, was jetzt euer Ziel ist. Als ihr die Pforte des Turniergelindes erreicht habt und eure Einladung vorzeigt, werdet ihr huldvoll begrüßt. Ein Fanfarenstoß und die Stimme eines Herolds lassen eure Ankunft verkündet. Jeder von euch wird mit drei Fanfarenstoßen begrüßt. Dann könnt ihr erkennen, wie hier wohl einer der Herolde bei den Eintreffenden sowas wie ein Nennengeld einsammelt. Das ist laut eurer Etikettenkunde keine Pflicht, aber guter Stil, drei Dukaten hier zu bezahlen, um an der Turnierrolle sich eintragen zu lassen. Ja, ihr meint, dann nehmt direkt drei Dukaten. Wenn ich für meinen Dienst im Bahnstreik ein Taschengeld kriege, bin ich blank. Also ich muss dem wohl die Handschürtel noch nicht weitergehen lassen. Lass mich bezahlen. Lass mich bezahlen, Jarlan. Ab Dank. Ich hatte über das letzte Jahr wenig Verwendung für Geld und habe es mal nur dem Hofstaat meiner Familie überlassen. Sehr, sehr kluge Entscheidung. Ähm, ja, ich reiche eben die sechs Dukaten in die Hand. Und, Jarlan, wenn ihr wollt, tragt euch einen. Soll ich euch mit eintragen? Wohin denn? Ähm, ich würde sagen, einen an Waffen. Vielleicht einen Waffen, natürlich. So, schauen wir mal nach. Ähm, ihr könntet euch dann, wie gesagt, äh, im Turnierhof eintragen lassen. Der Marschall, der Turniermarschall ist Rondrasir Löwenbrand von Arivor, der Herrmeister der Rondrakirche. Den kennt ihr schon aus? Kleinwahrstein. Kleinwahrstein. Korrekt. Ähm, aktuell anwesend hier wird das Ganze verwalten. Ich schaue gerade mal nach, wie die Regularien sind. Die Teilnahme im Frühlingsturnier steht generell jedem offen, der sich ritterlich zu benehmen weiß und so aufzutreten weiß. Wer nicht dazu zählt, wird von Schreibern festgelegt, die damit eigentlich nur das erwünschte Gesindel auslesen. Ähm, jeder Teilnehmer zahlt drei Dukaten-Nenngeld, was ärmliches Geschmeiß davon fernhält. Ihr, wie gesagt, müsstet das nicht tun, weil ihr explizit eingeladen seid. Aber es ist natürlich vor Rondra, äh, vor einer Brüderlichkeit und vor, ja, damit eben jeder das Gleiche gemacht hat, ist es dann sehr Etikette. Ich spende übrigens das, äh, ich gebe ihnen das Geld und mit dem expliziten Kommentar, hm, spendet es doch im Tempel der schönen Göttin. Äh, nein, das wird nicht passieren. Das ist für Rondra. Und für das Kaiserhaus. Hm, dann startet dem Tempel doch wenigstens Besucher ab. Was? Ich muss hier aufpassen. Ach, doch nicht jetzt. Ach so, ja, äh, ja, ich bin später aber noch mit ein paar Huren verabredet. Also, ich hole die da her. Ich schaffe das schon. Die Teilnahme ist auch ohne Namen möglich, wenn ihr dies wünscht. Dann könntet ihr gelistet werden als grüner, schwarzer oder weißer Ritter. Das ist auch teilweise beliebt. Erforderliche Waffen und Ausrüstung für eine Disziplin muss jeder Teilnehmer selbst aufbringen. Damit sind auch Schuss- und Wurfwettbewerbe noch mit am stärksten von Gemeinen durchsetzt. Leichte und schwere Handwaffen, ähm, kennt hingegen schon nur noch echte Kämpfer. Die ridderlichste Disziplin ist letztendlich die Theoste und Burhurt. Die spektakulärste, das Wagenrennen. Ähm, alle drei, der letzten, haben den größten Verschleiß an Material und Heilkräutern. Hier ist der Adel fast unter sich. Äh, allerdings kann es auch vorkommen, dass ein paar reiche Stadtkinder ebenso hochmütig in eine Gestächrüstung steigen, äh, und sich in einen teuren Streitwagen bequemen. Ähm, wobei das eher dann nach Lachnummern werden, äh, weil diese Streitwagen selbst gebaut sind und, äh, nicht mit einer Quadriga oder einer Sechstiger, äh, ja, mithalten können. Ähm, Fäden zwischen Adligen und dem, äh, ja, gemäß dem Reichsfrieden sind diese einzustellen und auf dem Turniergrund verboten. Ähm, mit anderen Worten, man darf sich nur im Rahmen einer Turnierdisziplin den Schädel einschlagen. Wer dies, ähm, anderweitig tut, der wird verwiesen. Ähm, das Gareta-Turnier ist auch, äh, ein Parkett der ritterlichen Etikette. Von Faustgroß über Andrede bis zur Trinkreihenfolge an der Tafel sind allerlei Kleinigkeiten zu beachten. Ähm, scharfe Waffen sind, äh, wohlwollend als Chorgefällig oder ablehnend als Perwalsch bezeichnet und erfordern das Einverständnis beider Kontrahenten. Ähm, ansonsten müsstet ihr mit Turnierwaffen aus Holz kämpfen oder ihr müsstet euch etwas über die Waffen ziehen. Dann gibt es, ich lese vor, die Theost, äh, die kennen wir schon am ersten Tage. Am zweiten Turniertage der Zweikampf mit leichten Handwaffen. Ähm, das wird alles an einem Tag abgehalten. Der dritte Turniertag, Wurf- und Schusswettbewerbe. Ähm, also, ja, Messer werfen, beziehungsweise Bogen schießen. Am vierten Turniertage der Zweikampf mit schweren Handwaffen. Wie auch immer ihr das dann, äh, definiert, das sei euch überlassen. Am fünften Turniertage, dritte Parrenner, das Wagenrennen, im, ja, oben, äh, außerhalb von Gart. Da hat man, äh, eine der größten Arenen aufgebaut für Wagenrennen. Das neue Hypodrom. Dass das natürlich nicht die größte Rennbahn Aventurians ist, ist denjenigen, die in Jolgumag waren, natürlich bekannt. Und am sechsten Turniertage die Buhurt. Der Buhurt. Das Gestampfe. Gut. Äh, Abelmir, wo möchtest du dich zu anmelden? Wie gesagt, für den Leichtwaffen, äh, Einhandräbel. Ist es so, dass jede Disziplin selber drei Dukat kostet, ne? Äh, nein, einmal nur. Und dann kannst du dich zu allem anmelden. Abelmir, Leichtwaffen. Isarun möchte sich anmelden zu den Leichtenhandwaffen und zum Buhurt. Zum Buhurt? Zum Buhurt. Ohohoho. Jetzt hab ich Rissbräck. Jetzt, okay, na gut. Also Leicht und Buhurt. Na gut. Chiarras. Hm, zum einen Leicht mit Rapier und Linkhand. Und geht es halt schwer durch, wenn ich, äh, zwei Waffen benutze? Mhm. Dann nicht. Nicht in Garret. Nicht Garret, nein. Wie sieht's aus mit Pferden, mit Reiterei? Musst du nur aufpassen, dass da kein Pferde zu Schaden kommt. Ich, äh, ja. Ich bin Dreiergeweiter. Nein, ich kann niemals zulassen, irgendwas mitzumachen, wo Pferde zu Schaden kommen könnten. Also wirklich. Dann aus der Distanz. Zugucken, wie Pferde kaputt gehen. Und Ömer. Ja, Ömer möchte sich ganz gerne für das Bogenschießen oder Bogenschießen, glaube ich, in einem, äh, sich anmelden. Bogen und Arm, ja, Bogen, genau. Bogen, ich glaub, das ist, ich weiß nicht genau, wenn das ein ist, wenn das, also, zum Bogenschießen. Ähm, wir, wir, wir kämpfen unter Rondra und dementsprechend Bogen. Und dann Bogenschießen, ja. Gibt keinen Armbrust, das kann jeder, weil, naja, einfach aufs Ziel halten und abdrücken, das macht keinen Spaß. Bogenschießen. Rafim. Ja, ich mach bei den schweren Waffen mit und wenn ihr drei Dukaten von mir möchtet, fang ich nur leicht an zu lachen. Ist okay. Äh, wie gesagt, auch du hast eine Einladung bekommen als, äh, Held Aventurians, hast natürlich auch schon einen gewissen Ruf, die ihr A beheitet. Ähm, nicht unbedingt dadurch, dass du bei der Basaltfaust bist, aber, äh, hast natürlich auch schon viele andere Dinge, äh, als Söldling getan, als Soldat für verschiedene Herren und hast ja auch dadurch deinen Namen schon gemacht. Auch wenn es nur ein Vornamen ist und nie für einen Nachnamen gereicht hat. Jalan. Ja, einen Moment, ich muss ganz kurz auch ganz würfeln. Alle außer dem Messer werfen. Es ging auch darum, dass du doch mal Messer werfen machst. Äh, richtig. Gut. Aber nein, da blamiere ich mich nur. Ja, ähm, Tjoste, leichte Handwaffen, Schusswaffen, 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 Buhurt, Lanzenreiten. Gut. Äh, natürlich werden auch nochmal alle, äh, Punkte, die man irgendwo, äh, bekommen hat, werden auch nochmal zusammengezählt und der Großsieger des Turniers wird dadurch dann gekürt. Was es dann an Preisen gibt, werden wir uns später drum kümmern, wenn das soweit wäre. Ja, natürlich, ähm, wenn ihr dann hier oben auf dem Turnierplatz steht, ähm, ja, Flüsschen Gardel und Würselbach vereinen sich hier. Ähm, überall sind große Zelte aufgebaut und, ähm, jeder ist jetzt gerade dabei, zumindest die, die anwesend sind, ähm, eigene Zelte aufzubauen. Nicht unbedingt, dass man darin selber wohnt. Viele werden sich natürlich auch, äh, im Salander einquartiert haben. Ähm, ähm, also die sind ja alle überall in diesem, äh, in dieser alten Residenz in der Mitte aufgebaut, äh, ganz, ganz viele Zelte. Und, ähm, ja, wie gesagt, ein großes Zeltlager, ähm, die Rawls Arena mit dem Kampf und dem Tiosplatz, äh, mit der festen, stampften Erde, könnt ihr hier auch schon sehen. Könnt ihr einmal abgehen, abmarschieren. Ähm, ähm, ja, es ist eine gezimmerte Arena, das ist natürlich unglaublich langsam, ne? Ja, hier muss man dann alles eben noch selber bauen. Das fällt vor allem dann auch Jalan auf, der gesehen hat, wie schnell sich Yolgurma gewandelt hat. Und, äh, jede Disziplin innerhalb von, äh, einem Tag, ja, sich gewandelt hat und die Arena angepasst worden ist. Das ist natürlich nicht hier so, trotz dessen, dass wir in Gareth sind und in der größten Stadt, äh, Aventuriens. Es, es wirkt ein bisschen provinziell auf dich, nachdem du Yolgurma gesehen hast. Die Tribüne ist nur sechs Schritt hoch und bietet Platz für, ja, grob 3000 Zuschauer. Das ist natürlich schon sehr lächerlich. Wir sind ja hier auch nicht zur Volksbelustigung. Unter anderem anwesend, das kannst du, da möchte ich eine Etikette jetzt haben. Der Etikette könnt ihr gerne von, von allen auch, äh, die sich dafür interessieren, denn einige Schilder sind schon dabei, die davon künden. Äh, auch ihr dürft eure Schilder hier hinhängen. Vor allem dürft ihr auch das große, äh, Drachenwappen jetzt benutzen. Denn das hat der Herzeug euch freigegeben. Ich hab mittlerweile einen Drachen und eine Sonne draufpinseln lassen. Rafi. Ja, Rafi hat natürlich von den Granten einen gesonderten Auftrag bekommen und hat von jedem einzelnen Schild schon gehört. Was die Granten damit wollen, was sie damit vorhaben, ist natürlich ihnen überlassen. Ja, kannst du jedes einzelne. Hochkönig Albrax, Sohn des Agam, ist wohl hier. Der König, der Ambosszwerge. Der König aller Zwerge. Graf Orsino von Falkenhag soll wohl auch dabei sein. Der schöne Graf vom Angbarer See, so wird er genannt, äh, der allerlei Frauen um sich herum versammelt hat, äh, ja, ist wohl ein wichtiger Höfling am Kaiserpalast. Dom Eslam von Eslamsbad, Graf vom Jagviertal. Ähm, ein eleganter Almadanischer Kavaliero mit dunklem glänzenden Pferdeschwanz, Oberlappenbart, ein typischer, ja, äh, nicht ganz Horasier, aber die Almadana sind halt genauso geleckt. Griff Purga von Auralet ist anwesend, die Banschteraderin, die heute Morgen, na, gestern, gestern wohl auch ein paar Probleme gemacht hat, auch die hat sich angemeldet. Graf Rondrigan Paligan von Pericum. Der neue Reichsgroßgeheimrat. Der neue? Was hört man von Nemrod? Nichts. Nemrod ist verschwunden. Fluchte. Marschall Ludalf von Wertling, auch den kennt ihr, wird ebenso mitkämpfen. Hat er sich also wirklich aus der Stadt des Lichts herausgebracht? Ähm, Graf. Bahnhelm von Rabenmund, auch er ist hier. Ähm, Agunde von Falkenhag, es folgen viele Namen, die euch nichts sagen. Äh, Gundwin vom Großen Fluss, Alrik Blautern vom Berg. Den kennt man noch irgendwie. Ähm, Talorion Tannensang. Ein Elf, der wohl jedes Jahr, seit mehreren hundert Jahren, das Bogenschießen gewinnt. Na, wenn das mal ohne Magie vor sich geht. Melvin Störrebrand, der Hofmagister, auch er ist irgendwie anwesend. Thorn Eisinger hat sich angemeldet. Ganz Gareth versammelt sich hier, um zu streiten und herunter. Wird die Prinzessin mitkämpfen? Ähm, Ema selber als Königin, man monkelt sie. Ich meine, oh ja. Ja, ja, Ema selber wird wohl antreten. Offiziell angemeldet ist sie noch nicht, aber so wie man sie kennt, ja. Und Ema hat es der Tochter verboten. Oh ja, die darf wohl nicht. Bedeutet also, wir haben irgendwo einen weißen Ritter, der sehr königlich aussieht. Das wäre natürlich die Musterlösung, genau. Ein weißer Ritter mit Maske, ohne Wappen, ohne Namen. Und dann, wenn er alles gewonnen hat am Ende, dann kann er seinen Helm vom Kopf ziehen. Und am Ende ist es eine Frau. So sind zumindest die ganzen großen Heldengeschichten. Wenn man, das wäre so typischer, aventurischer Bote. Das wäre so das, was Ragnar Heldenmund reingeschrieben hätte. Aber von Ragnar habt ihr auch nichts mehr gehört. Auch er ist verschwunden. Kann ich meinen Wappen, der bei Seidenfaust, da aufhängen? Also, kann ich mir das A besorgen, B da aufhängen? Klar. Ja, dann häng ich das da auch, meine Freunde. Schreib mal nur die schwarze Faust. Sag mal, Raffim. Ich mache es ganz ähnlich, tatsächlich. Und zwar hole ich meine Flagge heraus. Die schwarze Seidenflagge mit dem Zeichen der Karinos drauf. Was ist da überhaupt gebildet? Das Zeichen der Karinos. Flügel und Rose, oder was ist das? Genau, Flügel und Rose. Schwarz und Weiß. Und die Flagge selbst ist aus schwarzer Seide. Und da selber bin ich eins, gesiegelt. Sag mal, war Raffim. Ja? Warum hast du denn einen Banner, wenn du nicht mal einen Nachnamen hast? Und wo kommt das her? Ich kenne das gar nicht. Was? Kennst du das nicht? Hey, schrei hier drin nicht so. Furchtbar. Was bringt man euch denn bei in eurer Ritterschule? Hey, Junge. Benimm dich. Naja, naja. Ritterschule. Sind wir hier ein Trallof, oder was? Das ist das Banner. Der Basaltfaust, mein Junge. Wer ist denn die Basaltfaust? Ah, ein Kriegerlandfaust. Krieger. Ist das ein Ritterorden? Ich gucke ihn mal hoch und runter, du siehst mir nicht aus wie ein Ritter. Die Ritter würden wünschen, dass wir bei ihnen beitreten würden. Nein. Kannst nicht einfach beitreten als Ritter. Ja, die wünscht dir auch wir würden ihnen beitreten. Glaube mir, schon so mancher Ritter ist vor einer Basaltfaust gefallen. Das werden wir auf dem Platz ja wohl sehen. Das will ich hoffen. Aber ich habe von immer gehört, ihr kämpft gar seltsam. Das selbe könnte man über euch wohl auch sagen. Mit welcher Waffe trittet ihr an? Warte, ich schaue nochmal kurz auf seine Liste. Natürlich mit den Zweihändern. Schwere Waffen. Die kämpfen mit Boch und Sicheln, Urherr. Alle. Wer kämpft denn mit Sicheln? Mit Boch und Sicheln, das ist... Damit haben sie den ganzen Kuhmkrieg alles gewonnen. Ach, ist das nicht das seltsame? Das ist die unbesiegbare Einheit, die noch nie verloren hat. Ist das nicht dieser seltsame Alain-Quark-Almadana-Sevel? Ah. Das ist eine ganz große, lange, zweihändiges Schwert, glaube ich. Na, ich bin ja gespannt, wie ihr euch schlagt. Ich auch, ich auch. Aber alle Disziplinen, ihr habt's ja vor. Natürlich, man muss als Ritter ja jederzeit sein können vorunterbeweisen. Oh ja.